Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Jan Laik, das ist der Beharrte Afghane, Turblok Nummer 13. Ja, Mann! Was geht bei dir? Beruhigt euch! Ja, beruhigt dich bitte, beruhige dich! Wir müssen da parken, jetzt gehen wir zur Seite. Ja, beruhigt dich bitte. Wir müssen da hin! Wir müssen da parken, jetzt geht's zur Seite, die Transe! Wem gehört die Freundin mit der weißen Hose? Das Gute ist, heute sind alle nüchtern, keiner hat Alkohol konsumiert, so. Ich bin raus aus der Nummer, ich bin der einzige Vernünftige hier, in diesem Sinne. Für Black City! Ich fick dich, ich schau mal nach oben! Ich hab nix damit zu tun! 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 Ja, ich hab nix damit zu tun! Ich hab nix damit zu tun! Ich hab nix damit zu tun! Reicht doch schon! Die Beleidigung war doch schon involviert an dem Intro! Damn! Oh ich hab nix damit zu tun! Ah, oh dein Video out! Ja, brauche ich! Tja... Tja, brauche... Jetzt ist der... Wir gehen jetzt zum Soundcheck in den Megapark, also beziehungsweise in die Mega Arena. Wir gucken mal, was die mir dahin gebastelt haben. Ich hab gesagt, das muss ungefähr so laut sein, dass die Leute in Deutschland definitiv wissen, dass sie einen fiesen Rave verpassen. Ladies and Gentlemen, please welcome Jan! Ich hab mir gerade voll die Eier gebrennt und ich hab mir den Wolf gelaufen. Ich werde heute den ganzen Abend so laufen müssen. So! Welches? Was ist eigentlich mit deiner Frisur los, Alter? Cottbus 1960 oder was, Alter? Der erste Igelschnitt der Geschichte deines Cabins? Junge, ey! Ich kann nicht mehr. Du hast abgenommen, oder was? Abgenommen, oder was? Du Botox ist so ein Arschloch! Unge congregolan, oder was? Leon Noem ist so ist, Alter! Das war's, das war's, das war's. Was wollen Sie hier? Verpiss dich! Ja, los, Taxi! Wir haben zwei Taxi! Wir haben ein Taxi! Wir sind beide Taxis weggefahren, Mann! Sind beide weg! Oh, Justin, verpiss dich doch!